Hallo liebe Karnevalisten, nun ist es wieder soweit. Unsere Session ist zwar bald rum, aber die nächste schick vor der Tür. Deswegen laden wir euch alle ein, am 11.11. zur neuen Prinzen-Proclamation im Philipp-Scheidemann-Haus zu Kassel um 20.11. dabei zu sein. Lacht und tanzt mit uns, habt viel Spaß und beginnt die neue Session. Euer Prinzenpaar Detlef I. Grüezi, das ist Bettina.